Hallo. Ich muss in alle Türen gucken. Oh Gott. Da kommen wir doch bestimmt rein. Hör doch mal auf, Junge. Das tut doch weh im Kopf. Du bleibst jetzt hier stehen. Du kommst jetzt nicht durch. Du hörst jetzt auf. Reich dich mal zusammen wieder. So, wo geht's lang? Hoch wahrscheinlich, ne? Deshalb gibt's Gummizellen. Ja, aber die sind ja gerade aufgefallen, ne? Da ist einer. Oh, da sind zwei. Ich mach doch gar nichts. Ich lese nur die Notizen, die du möchtest. Necromanie. Dieser verdammte Ort. Ganz ehrlich, dieser Scheißort Sterben gehört hier zu den weniger schrecklichen Dingen. Atlas zeigt immer wieder, wie krank der menschliche Geist sein kann. Gut, da geht's lang. Hier kommen wir nicht lang, oder? Ne. Habt euch lieb. Ich bringe euch Liebe. Wer redet da? Ach, da hinten der. Da ist der Dude. Hey! Wann los? Hallo! Hallo Ropsi. Kommen wir hier rein? Ne, da liegt er davor. Hier ist niemand, ne? Ne. Zu. Okay. Dann würden wir aber hier hin müssen. Ach, wir sind jetzt auf der anderen Seite. Mhm. Schön. Bewege durch die Kante hin, um zu festhalten. Bleib noch mehr. Space. Alone. Bleib mich allein. Bleib mich allein. Bleib mich allein. Bleib mich allein. Man hört richtig, wie die Schädelplatte zermatscht. Matscht. Hat noch was aufgehoben. Hoffentlich ist was zum Spielen. So, hier waren die unterwegs, die uns umbringen wollten. Also, die uns am liebsten gegessen hätten. Noch sind sie nicht da. Ich hoffe, es bleibt. God always provides a way. Follow the blood. Ich spür auf. Ich folge den Blutspuren zum Ausgang. Gute. Gute gespeichert. Speichern ist gut. Kleine Batterie. Wie, wer hab ich denn noch von den Dingern? Okay, ich hab noch ein paar, das ist ok. Na? Gut, hier ist zu Voll gemütlich dort, ja, ne? Ganz so Der einzige Weg nach unten führt durch den Abfluss, durch den Abfluss, durch den Abfluss, der einzige Weg führt nach unten durch den Abfluss Ropsi, für dich auch, Ausrufezeichen links, habe ich zwei neue YouTube-Kanäle von mir Wenn du folgen willst, darfst du das gerne tun, so wie auch alle anderen hier Die neu sind oder auch nicht Ja, ich glaube, ich soll da rein, ne? Jetzt gucken wir, was wir hören Ach, guck, da ist was zum Lesen Da ist was zum Lesen Von N. Wolfram An H. Grant Kunstprogramm für Patienten Dr. Zeichner hat mir ihre Kontaktdaten gegeben, damit ich mich mit Ihnen wegen der Einstellung des Kunstprogramms in Verbindung setzen kann Mein Patient Martin Archimbaunt hat in seiner Therapie aufgrund der Fingermalerei enorme Fortschritte erzielt Noch in der Woche der Einstellung des Kunstprogramms haben seine Shizu effektive Behauptungen von einer höheren Berufung sprunghaft zugenommen Lassen Sie ihn bitte die Fingermalerei fortsetzen Die wenigen Dollar, die Sie bei der Farbe einsparen, werden von den Kosten für das Klozapin mehr als geschluckt Ich verstehe die Logik dieses Spiels nicht Außer Morkow möchte erreichen Dass sich unsere Patienten immer weiter von der Realität entfernen Bitte sagen Sie mir, wie ich weiter vorgehen soll Dr. Neil Wolfram So, jetzt erfüllen wir ihn halt mal seinen Wunsch und gehen da runter Lass doch mal hier gucken, ob da was ist, ne? Dr. Neil Wolfram Dr. Neil Wolfram Wenn du Türen schließt, kannst du deine Verfolge abbremsen Oh Gott, jetzt kommt doch gleich wieder einer angerannt, oder? Ich will nicht Hast du was zu mitnehmen? Ne Hallo? Die Tür zu, sonst kommt er raus hier Uiuiui Wofür muss ich da doch rein? Ne, ich bin zu Ach, der hat eine extra Zelle Mal kurz gucken Ist aber nichts Ja, es waren keine Experimente, Sorte, Kollege Ach, hier sind schon wieder so tolle Versteckenschränke Toll, wie ich mich freue Juhu So, na dann, wer kommt jetzt angereint? Bestimmt auf der Dicke wieder, oder? Hallo? Just shut up! We're gonna think for a minute! Quiet! Uh! Quiet! Uh! Uh! Hallo? Uh! Uh! Das Beste, was man im Spiel machen kann Verstecken Verstecken, warten, nichts machen Der kriegt mich eh gleich wieder mit Und dann renne ich wieder rum wie hier Ich weiß sogar gar nicht, wo der ist Kann der sich nicht mal ein bisschen nach vorne lehnen Und mal hier durch den Schlitz gucken? Da steht er Sneaky wie Splinter Cell Pssst Im Dunkeln bewegen Wie Darkwing Duck Oh oh Bin ich da? Wenn ich ihn nicht angucke, sieht er mich nicht Das klappt beim Kindergartenkindern auch immer Ich muss bestimmt in den Raum Ach Ich muss bestimmt da rein Ich seh das doch schon kommen Hier ist alles zugesperrt Und da sitzt er auf nem Schlüssel oder so Ach Gott, da ist ja nur einer Oh Spimmel Pssst Tötet euch gegenseitig Das war übelst geil Das wollen wir alle sehen hier Ich kann den leider nicht sehen Er läuft noch Hallo Hihihi Geh mal weg Ist das jetzt der oder der andere? Schnell, los Los Nicht angucken Jaja, steh still Schnell Da hat die Tür eingelauncht Ein Biest Wo muss ich hin? Was muss ich tun? Oh, hier ist ein Knopf Erstmal drauf drücken Follows the blood So, jetzt kommt der doch bestimmt gleich, oder? Ich steh mich mal kurz hier in den Schrank Jetzt hab ich einen Knopf gedrückt Jetzt kommt er doch bestimmt gleich in die Tür rein Ne, ne, epic Die leben alle beide noch Der eine steht noch in seinem Raum rum Und der andere kommt hier gerade Guckt das an, hoffentlich guckt er nicht in den Schrank Ich bin nicht da Ich bin nicht da Oh, da guckt er in den Schrank Ich krieg die Krise Ich krieg die Krise Ja, ja, ist schlüpfrig So schlüpfrig wie die Schlüpfer deiner Mutter So, jetzt warten wir mal noch ein Stück Und sonst so Geht's euch gut? Was macht er denn jetzt? Was hat denn da jetzt eingelauncht? Schreibe ich doch nicht so von der Seite an Ich fühl mich wie bei einem Monstrum Boah, ich das jetzt gerade, da die Schritte gemacht hat? Oh Gott Ich hör einen laufen Kommt er jetzt hierher oder nicht? Hört er den auch? Kommt er jetzt her oder nicht? Da läuft rechts neben mir Bis zum nächsten Mal Vielen Dank.